Was macht sie denn da? Sie tanzt wie eine Panzerhalle. Ich dachte, wir sind die Einzigen, die überlebt haben. Ist das Gott? Göttin! Wir wollten eine neue Stadt gründen, einen Neuanfang machen und die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart beschwören. Ich sehne mich nach meinem alten Leben. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen und genau deshalb ist niemand gleich. Niemand hat einen Anspruch auf Glück. Die Wahrheit heißt Panzer, Stahl, Flugabwehr, Liebe, Mitgefühl. Sie tanzt unsere Zukunft. Sie tanzt die Wahrheit. Sie tanzt so schön. Gibt es in diesem Leben irgendetwas ohne Risiko? Zähn. Gibt es in dieser Gebiene familia. Habt ihr habt das eine Ab Tetning, Champagne? Sie starets auf den Blick, gibs sie mich und dann hat er sich jemanden. shows us.